Die Studierenden stellen zu dem neu eingeführten Thema viele Fragen. The students ask many questions about the newly introduced topic. Gelten, gelten, fab to be valid, die Karte für den Zug gilt nur heute. The ticket for the train is only valid today. Gerade, gerade, Addy Street, ich überhole nur auf einer geraden Strecke. I only pass other cars on a straight stretch. Ad for just, just now, right now, das Geschäft schließt gerade. The store is closing right now. Folgen, folgen, fab to follow, der Hund folgt meinem Vater. The dog follows my father. Sprechen, sprechen, fab to speak, der Student möchte mit dem Professor sprechen. The student would like to speak to the professor. Führen, führen, fab to lead, Jakob führt uns durch das Museum. Jakob leads us. Through the museum. Bringen, bringen, fab to bring, take, der Mann bringt mir einen Kaffee an meinen Tisch. The man brings me a coffee at my table. Welt, welt, die world, ich möchte gerne um die Welt reisen. I would like to travel around the world. Gar, gar, adv, et al, das ist gar kein Problem. That's no problem at all. Eigen, eigen, ad, ja, und jeder Mensch hat ihren eigenen Charakter. Everyone has their own character. Genau, genau, ad, ja, exakt, die genaue Zeit ist, Uhr. The exact time is. Mögen, mögen, fab to like, mein Bruder mag meinen Freund nicht. My brother doesn't like my boyfriend. Spät, spät, Adilate, es ist schon spät. It's getting late. Adilete, ich komme später zu dir. I'll be coming over later. Bereits, bereits, adv, al, rea, die, du musst nicht noch einkaufen gehen, Ich habe es bereits erledigt. You don't have to go shopping. I have already done it. Möglich, möglich, ad, possible. Ich besuche meine Eltern so oft wie möglich. I visit my parents as often as possible. Ad, v, as, as possible. If possible. Die Aufgabe soll möglichst schnell erledigt werden. The task should be completed as quickly as possible. Prozentprozent. Das Percent für Studenten kostet das Gerichtprozent weniger. For students, the meal costs percent less. Während, während, prep, during, while, während man isst, soll man nicht reden. You shouldn't talk while you're eating. Convile, wie Reas, Luisa arbeitet, während er das Essen vorbereitet. Luisa is working while he is preparing the food. Einige, einige, pro ne few, some, für einige Probleme haben wir bereits Lösungen, für andere noch nicht. For some problems we already have solutions, for others not yet. Dafür, dafür, prone for it, for that, dafür musst du dich nicht entschuldigen. You don't have to apologize for that. Kurz, kurz, I shot, der Film dauert nur eine Stunde, er ist sehr kurz. The film lasts only one hour, it is very short. Richtig, richtig, Artikor, Rest, Breit, alle wissen die richtige Antwort. Everybody knows the correct answer. Stark, stark, adi, strong, Herr Müller nimmt starke Schmerztabletten. Mr. Müller takes strong painkillers. Brauchen, brauchen, verb, to need, brauchst du Hilfe? Do you need any help? Hand, 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 die Hand, ich schreibe mit meiner rechten Hand. I write with my right hand. Etwa, etwa, adi, wie about, approximately, die Führung dauert etwa eine Stunde. The tour lasts about one hour. Part after all, hat er etwa noch nicht angerufen? He hasn't called yet, after all? Weitere, er, es, weitere, er, es, arti, additional, forther, weitere Informationen finden Sie im Internet. Further information can be found on the Internet. Ende, Ende, das End, das Ende des Romans ist wirklich spannend. The end of the novel is really exciting. Schreiben, schreiben, verb, to write, er schreibt einen Brief an seine Freundin. He's writing a letter to his girlfriend. Solch, solch, pron, such unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. I can't work in such conditions. Nimi, adva, Niva, das hast du mir nie erzählt. Fall, Fall, der Fall, Case, der Richter erklärt den Fall für geschlossen. The judge will close the case. Schön, schön, adi, beautiful, pleasant, good. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf die Stadt. From here you have a beautiful view of the city. Wirklich, wirklich, adi, real, aktual, sein Besuch ist eine wirkliche Überraschung. His visit is a real surprise. Ad fau reali, aktuali, ich mag dich wirklich gern. I really like you. Denen, denen pron, wom, set, das sind Clara und Lisa, mit denen ich zusammen in einer Wohnung liebe. This is Clara and Lisa, with whom I live in an apartment. Nennen, nennen, verb, to name, called, mein Freund heißt Alexander, aber alle nennen ihn Alex. My friend's name is Alexander, but everybody calls him Alex. Warum, warum, ad fau, why, warum hast du mich angerufen? Why did you call me? Ziehen, ziehen, verb, to pull, move, man muss an der Tür ziehen, um sie zu öffnen. You have to pull on the door to open it, wort, wort, das wort, ich verstehe kein Wort. I can't understand a word. Darauf, drauf, darauf, drauf, prone on it, to it, das Geschenk ist offensichtlich für Marlene, ihr Name steht darauf. This gift's clearly for Marlene, it has her name on it eben, 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 ad fau, just, now, ich versuche, ihn eben auf dem Handy zu erreichen. I am just trying to reach him on his mobile phone. Pat, das kann man eben nicht ändern. There's nothing you can do about it, Seite, Seite, die Zeit, page, das Buch hat Seiten. The book has pages. Teil der, Teil der, das Part, die Ausstellung besteht aus drei Teilen. The exhibition consists of three parts. Jung, jung, ad young, sie war noch jung, als sie Kinder bekam. She was still young when she had children. Vier, vier, num vor, Oma hat vier Hunde. Grandma has four dogs. Besser, besser, Archibeter, Kevin kann besser schwimmen als sein Bruder. Kevin swims better than his brother. Fast, fast, ad fau, almost, ich hätte fast den Bus verpasst. I almost missed the bus. Schnell, schnell, ad faust, Mario kann sehr schnell rennen. Mario can run very fast. Stadt, Stadt, die City, Town, London, Paris und Berlin sind große Städte. London, Paris and Berlin are big cities. Spielen, spielen, fab to play, die Kinder spielen im Garten. The children are playing in the garden. Zwar, zwar, ad fau, admittedly, to be precise, wir kommen am Nachmittag an, und zwar um Uhr. We'll arrive in the afternoon, at, p.m., to be precise. Euro, Euro, der Euro, Unit of Currency, in fast allen Ländern der EU kann man mit Euro bezahlen. In almost all EU countries you can pay in Euros. Arbeit, Arbeit, die Work, es liegt noch viel Arbeit vor uns. We still have a lot of work ahead of us. Million, 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 die Million, die Stadt Tokio hat circa Millionen Einwohner. The city of Tokyo has about million inhabitants. Problem, Problem, das Problem, Sie müssen das Problem so schnell wie möglich lösen. You have to solve the problem as fast as possible. Verstehen, Verstehen, Fab to understand, rede bitte etwas lauter, ich kann dich nicht verstehen. Please speak a little louder, I can't understand you. Bekommen, Bekommen, Fab to get, receive, Natascha bekommt ein Fahrrad zu ihrem Geburtstag. Natascha is getting a bike for her birthday. Meinen, Meinen, Fab to think, have an opinion, was meinen Sie dazu? What do you think? Davon, Davon, Pran from it, about it, Tereow, Davon wissen wir nichts. We don't know anything about that. Fahren, Fahren, Fab to drive, right, go, Christine fährt mit dem Zug nach Amsterdam. Christine's taking the train to Amsterdam. Kennen, Kennen, Fab to know, wir kennen uns schon lange. We've known each other for a long time. Dichtig pron you, yourself, ich hole dich gleich ab. I'll pick you up in a moment. Mutter, Mutter, die Mother, meine Mutter ist eine starke Frau. My mother is a strong woman. Woche, Woche, die Week, eine Woche hat sieben Tage. Weg, Weg, der Pass, Weg, der Weg entlang des Flusses ist sehr schön. The path along the river is very beautiful. Weiter, weiter, ad v, fort her, weitere Informationen zu diesem Thema stehen im Internet. Further information on this topic is available on the Internet. Auge, Auge, das Ei, er hat schöne blaue Augen. He has beautiful blue eyes. Oft, oft, ad v, often, sie besucht ihre Oma oft. She visits her grandma often. Leute, Leute, die, pl, people, ich treffe auf der Party, viele nette Leute. I meet a lot of nice people at the party. Allerdings, allerdings, ad v, though, indeed, certainly, das ist allerdings eine interessante Frage. That is certainly an interesting question. Sogar, sogar, ad v, even, in fast. Sogar, du kannst die Welt ein bisschen verbessern. Even you can make the world a little better. Jedoch, jedoch, ad v, ho, wiffer, Mütter haben viel Kraft, können jedoch nicht alles allein schaffen. Mothers have a lot of strength, however, they can't do everything on their own. Setzen, setzen, färbtes set, place, put, er setzt das Kind auf den Stuhl. He puts the child in the chair. Färbtes sit down, bitte setzen Sie sich. Please sit down. Deshalb, deshalb, ad v, tere, forel, es gibt bald Regen, deshalb sollten wir ins Haus gehen. It's going to rain, therefore, we should go into the house. Weit, weit, ad v, dally, fa, ich möchte später weit weg ziehen. Someday I want to move somewhere far away. Sitzen, sitzen, färbtes sit, auf dem Boden sitzt ein schwarzer Hund. There's a black dog sitting on the floor. Vater, Vater, der Vater, weil seine Freundin ein Baby bekommt, wird Timo endlich Vater. Because his girlfriend is having a baby, Timo is finally becoming a father. Dein, dein Prunior, dein Handy klingelt. Your cells ringing. Arbeiten, arbeiten, färbt to work, Marlene arbeitet in einem Krankenhaus. Marlene works in a hospital. Geld, Geld, das Money, du gibst viel Geld aus. You spent a lot of money. Unternehmen, Unternehmen, das Enterprise, Company, ich gründe mein eigenes Unternehmen. I am starting my own company. Nächste, er, es, nächste, er, es, arti, next, nächste Woche gehen wir schwimmen. Next week we're going swimming. Erklären, erklären, färbt to explain, Max erklärt mir komplizierte Dinge. Max explains complicated things to me. Klar, klar, arti, klier, das Wasser ist sehr klar. The water is very clear. Doktor, 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 der Doktor, wenn ich Schmerzen habe, gehe ich zu einem Doktor. Whenever I'm in pain, I go to a doctor. Pa, Pa, das Pair, Couple, zwei Schuhe machen ein Paar. Two shoes make a pair. Pro ne few, wir brauchen dafür nur ein paar Minuten. We only need a few minutes for that. Recht, Recht, das Right, Law. Menschen haben Rechte. People have rights. Adi, all right, deine Idee ist mir recht. I'm fine with your idea. Part rather, quite, das Zimmer ist recht klein. The room is quite small. Wegen, wegen, prep, because of, ich mag dich wegen deiner Augen. I like you because of your eyes. Dear, dear, pro new, ich möchte dir ein besonderes Geschenk kaufen, was wünschst du dir? I want to buy you a special gift, what do you wish for? Wasser, Wasser, das Water, ich trinke nur Wasser. I only drink water. Bestehen, bestehen, fab to exist, insist, pass, an exam, hoffentlich besteht Anja die Prüfung. Hopefully Anja passes the exam. Versuchen, versuchen, fab to try, attempt, ich versuche, die Prüfung zu bestehen. I'm trying to pass the exam. Punkt, Punkt der Dot, Point, Period am Ende eines Satzes ist ein Punkt. At the end of a sentence is a period. Grund, Grund der Reason, Basis, es gibt mehrere Gründe für einen Streit. There are several reasons for a dispute. Kopf, Kopf, der Head, auf dem Hals befindet sich der Kopf. On the neck is the head. Beginnen, beginnen, fab to begin, mit der Arbeit beginne ich erst morgen. I won't start work until tomorrow. Laufen, laufen, Verb to run, die Zeit läuft uns davon. We're running out of time. Bild, Bild, das Picture, Clarita malt gerne Bilder von Blumen. Clarita likes to paint pictures of flowers. Verschieden, verschieden, ad different, diverse, alle Menschen sind verschieden. All people are different. Name, Name, der Name, mein Name ist Lisa und sie heißt Annika. My name is Lisa and her name is Annika. Aufgabe, Aufgabe, die Task, Assignment, Job, ich löse eine mathematische Aufgabe. I'm solving a mathematical problem. Schwer, schwer, ad difficult, heavy, das ist eine schwere Frage. That's a tough question. Entsprechen, entsprechen, fab to correspond, das entspricht unserer Idee. This corresponds to our idea. Treffen, treffen, fab to meet, morgen treffe ich mich mit einigen Freunden. Tomorrow, I'm meeting some friends. Art, art, die type. Kind, es gibt verschiedene Arten von Tieren. There are different kinds of animals. Wohl, wohl, ad fau, well, er fühlt sich wohl. He feels well. Part, probably, es ist wohl besser, wenn er geht. It's probably better if he leaves. Geschichte, Geschichte, die History, Story, ich lese und schreibe gerne Geschichten. I like to read and write stories. Erzählen, erzählen, fab to tell, Susanne erzählt mir gerne Geschichten. Susanne likes to tell me stories. Entstehen, entstehen, fab to originate, develop, neben unserem Haus entsteht ein neues Gebäude. Next to our house a new building is being built. Sicher, sicher, I safe, secure, zertien, sie machen das Haus sicher. They make the house safe. Neben, neben, prep next to, beside, Max steht neben Anja. Max is standing next to Anja. Allein, alleine, 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 ad fau, alone, ohne Freunde, ist man allein. Without friends, you're alone. Abbildung, 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 die Illustration, die Abbildung Nummer 1 zeigt ein gutes Beispiel. Figure number 1 shows a good example. Hinter, hinter, prep behind, im back of, der Garten ist hinter dem Haus. The garden is behind the house. Besonders, besonders, ad fau, particulari, das Spiel ist heute besonders spannend. The game is particularly exciting today. Tragen, tragen, fab to carry, wear, ich trage eine Hose. I'm wearing pants. Kaum, kaum, ad fau, hardly, das Licht ist so hell, ich kann kaum etwas sehen. The light is so bright, I can hardly see anything. Freund, Freund, der Friend, Elsbeth ist eine gute Freundin. Elsbeth is a good friend. 5, 5, 5, 5, 5, ich bin in 5 Minuten bei dir. I'll be with you in 5 minutes. Shining, shining, fab to shine, seem, appear. Die Sonne scheint auf die Erde. The sun shines on the earth. Stunde, Stunde, die hour, eine Stunde hat Minuten. An hour has minutes. Aussehen, aussehen, fab to appear. Look, in meinem Kleid sehe ich schön aus. I look beautiful in my dress. Gern, gerne, 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 ad fau, with a verb, love to. Tom tanzt sehr gern. Tom loves to dance. Überhaupt, überhaupt, ad fau et al. Gina, Ellie, Anja mag Hunde überhaupt nicht. Anja doesn't like dogs at all. Bestimmt, bestimmt, arch special, zertien, ich bin mir sicher, das Bild wird bestimmt gut. I'm sure that picture will certainly be good. So wie, so wie, Connie as well as, as soon as, plus, Christina mag Männer sowie Frauen. Christina likes men as well as women. Professor, Professor, der Professor, ein Professor lehrt an der Universität. A professor teaches at the university. Darüber, drüber, drüber, darüber, drüber, prone above it, about it, darüber müssen wir morgen sprechen. We'll have to talk about that tomorrow. Deren, deren Pronvose, die Frau, deren Vater krank ist, ist traurig. The woman whose father is ill is sad. Schaffen, schaffen, fab to manage, create, Magdalena schafft ihre Prüfung nicht. Magdalena won't manage to pass the exam. Damals, damals, Prontain, damals verdiente ich mehr Geld. Erhalten, erhalten, fab to receive, du erhältst morgen ein Geschenk. You'll receive a present tomorrow. Lernen, lernen, fab to learn, wir lernen Deutsch. We're learning German. Frei, frei, art free, jeder Mensch sollte frei sein. Everybody should be free. Wert, wert der Value, du musst den Wert des Geldes kennen. You must know the value of money. Artiverse, eine gute Arbeit ist viel wert. A good job is worth a lot. Beziehungsweise, 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 conior, respektive, was ist. Ihr Traum, beziehungsweise, Wunsch, Polizistin zu werden. It is her dream or desire to become a policewoman. Daran, dran, daran, dran, prone on it, daran denke ich jeden Tag. I think about it every day. Suchen, suchen, fab to search, look for, Lisette sucht einen guten Job. Lisette's looking for a good job. Europa, Europa, das Europe, Deutschland, England und Frankreich sind Länder in Europa. Germany, England, and France are countries in Europe. Gemeinsam, gemeinsam, ich kamen, Mutual, die beiden Firmen verfolgen ein gemeinsames Ziel. The two companies pursue a common goal. Rund, rund, a round, ein Fußball ist rund. A soccer ball is round. Ad v, approximately, in Berlin leben rund drei Millionen Menschen. Approximately three million people live in Berlin. Zahl, zahl, die number, in der Mathematik braucht man Zahlen. In Mathematics you need numbers. Thema, Thema, das Subject, Topic, Theme. Die Schüler schreiben eine Prüfung zu einem mathematischen Thema. Handeln, handeln, fab to deal. Trade, die Geschichte handelt von Tieren. The story deals with animals. Buch, Buch, das Buch. Natascha liest gerade ein gutes Buch. Natascha is reading a good book. Bisschen, bissl, 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 prun, a little, mein Bein schmerzt morgens ein bisschen. My leg hurts a little in the morning. Deutlich, deutlich, ad, clear, ich kann dich nicht verstehen, bitte sprich deutlich. I can't understand you, please speak clearly. Anders, anders, ad, v, different, differently, meine Meinung ist anders als deine. My opinion is different from yours. Politisch, politisch, art, political, ein Krieg hat oft politische Gründe. War often has political reasons. Lesen, lesen, fab to read, ich lese viele Bücher. I read a lot of books. Blick, Blick, der Look, View, Glance, aus deinem Fenster hat man einen schönen Blick über die Stadt. Your window has a nice view over the city. Form, form, die Form, Shape, das Gebäude hat eine schöne Form. The building Has a beautiful shape. Einzel, einzel, art, individual, single, separately, ich spreche jedes Wort einzeln. I speak each word separately. Erreichen, erreichen, fab to achieve, reach, ich erreiche alle meine Ziele. I achieve all my goals. Vergehen, vergehen, fab to pass, time, die Zeit vergeht sehr schnell. Time passes very quickly. Leicht, leicht, I light, easy, das ist eine leichte Aufgabe. It's an easy task. Je, je, ad, v, ever, each, das kostet 4 Euro je Stück. The later I go to bed, the more tired I am in the morning. Verlieren, verlieren, fab to lose, Johann verliert immer beim Fußball. Johann always loses at soccer. Beste, er, es, beste, er, es, art, die best, Lisette ist meine beste Freundin. Lisette is my best friend. Bilden, bilden, fab to form, educate, wir gehen in die Schule, um uns zu bilden. We go to school to educate ourselves. ularf Und utiliz